... und Korsika... ... du... ... der Täterstufel! Oh, 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 oh! Oh, ist schon gut, mein Junge! Das ist nicht deine Schuld! Im Wunderland können überraschende Dinge passieren! Ganz schön traurig, nicht wahr? Oh! ... Hör, 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 hör. Komm mit, wir fragen ihn. Das ist nicht so. Ich glaube, Pluto hat irgendwas gefunden. Was ist das, mein Junge? Heizkater Carlo, bin ich bekannt. Seid ihr etwa immer noch im Wunderland? Schon wieder verirrt? Ich kenne mich hier aus. Ein neues Rätsel hilft euch hier aus. Die Wabbeldi-Biebdi-Biebom. Ihr habt euren kleinen Kuckuck gefunden, wie ich sehe. Wie süß. Kann ich euch vielleicht sonst noch mit irgendwas helfen? Eigentlich schon. Kannst du uns sagen, wie wir zurück zum Wunderhaus kommen? Jawohl, zurück zum Wunderhaus. Tja, also ich sage euch sehr gerne, wie ihr zurück nach Hause kommt, wenn ihr mein zweites Rätsel herausfindet. Dieses Rätsel ist das Schwierigste von allen. An eine leckere Mahlzeit denke ich. Frühstück oder Abendbrot ist es leider nicht. Die Mahlzeit, an die ich denke, soll man nicht vergessen. Die Mahlzeit in der Mitte des Tages ist... Eine Mahlzeit, die du magst. Über Abendessen noch Frühstück. Man soll sie nicht vergessen in der Mitte des Tages. Richtig das! Mittagessen! Bei allen funkelnden Sternen, das ist richtig. Was soll man dazu sagen? Ihr seid gut im Rätselraten. Also Carlo, wie kommen wir zurück zum Wunderhaus? Oh ja, das sage ich euch im Blu. Um nach Hause zu finden, findet Clarabella die... Gesundheit! Mach klar! Ciao, ciao! Seht ihr Clarabella irgendwo? Wuhu! Aha, das ist Clarabella. Kommt mit! Oh, ein wundervoller Tag für ein Spielchenkroche. Hallo Clarabella! Na so warm... Hallo Micky! Oh! Weißt du, wie wir zurück zum Wunderhaus kommen, Königin? Ich bin Königin Clarabella. Ja, die bin ich. Euren Weg nach Hause, den kenn ich sicherlich. Spieltet wie ein Spiel und ihr werdet weh'n. Ihr seid ganz schnell zu Hause, im Hand-Uhr-Drehen. Um nach Hause zu kommen, müsst ihr nur einen Ball treffen. Der durch die Pore rollt von 1 bis 12. Dann wird ein Rutsche ins Wunderhaus erscheinen. Da, da! Ja. Das ist klar, dass die Rutsche nicht so gut ist. Das bleibt dann. Aber wo ist der Ball? Eure Hoheit? Grundgütiger hätte ich fast vergessen. Wir brauchen einen Krocketball, der zur Farbe meines Schlägers passt. Ach, das ist gut. Aber ich brauche das was. Wisst ihr, wo wir einen gelben Krocketball finden können? Ich glaube, es ist Zeit für eine Mitmachsache. Ruft alle zusammen. Oh Toodles! Nur noch eine Mitmachsache ist übrig. Drei Bälle. Perchipau passt zu Carabellas Schläger. Und ich sehe, dass die Rutsche nicht so gut sind. Gell! Gut gemerkt. Wir haben alle unsere Mitmachsachen. Sagt SuperDuper Wunderland. Es kann losgehen. Dann kommt, liebe Freunde. Zählen wir die Tore, wenn der Ball durch sie durchrollt. Na schön. Wie du willst. Justiz! Was? Äh, Donald? Justiz, bitte. Ich schreibe zu tun. Was? Was ist so, was das schon wohnen? Donald, du musst dir dafür Zeit nehmen. Aber hier haben wir keine Zeit. Ich stehe in meinen Schatten. Na schön, Donald. Aber sei nicht so ungeduldig. Weißt du noch, wie wir unseren Kuckuck gefangen haben? Komm her, Kuckuck. Komm her. Komm her, der Helm. Kuckuck. Kuckuck. Ich muss meine Zeit kommen. Und die Zeit kommen. Komm her, der Schall. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Oh, wie wundervoll. Und da ist die Rutsche, die zum Wunderhaus führt. Haben wir Kuckuck? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Na dann los. Wie an mutig. Kommt bald zurück ins Wunderland. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir haben hier... Tick! 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 Wow! Die hofreichen Händchen haben den Partyraum schon vorbereitet. Oh, oh, es ist schon fast sechs. Beeilung, der Kuckuck muss zurück in der Uhr sein, bevor Daisy hier ist. Hallo, Freunde. Oh, der hat's zu scharf. Hallo. Hallo, Freunde. Oh, Junge, ihr seid alle pünktlich zu Daisy's Geburtstagsparty. Ach du, liebes Bisschen, was ist denn los? Hurra, ich bin zum Gefeuern, hat der Sie. Oh, wow, das gibt's doch nicht eine Überraschungsparty für mich. Feiern wir eine Geburtstagsparty. Ich hab Rosen für dich, Daisy, die blühen so wunderschön. Ich hab meine spezielle Schokoladenmilch mitgebracht. Ist ja toll, danke. Hey, hey, es sind ja schon alle da. Haha. 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 Mhm, die Rosen duften riesig. Und ich habe riesen Hunger. Wir haben Nüsse für uns. Tja, und ich hab Seifenblasen mitgebracht. Aha, Seifenblasen riecht nicht wahr. Der perfekte Tag für einen Geburtstag. Und hier ist deine Geburtstagstorte. Mit Kokosnussklasur, so wie du es magst. Mh, wie lecker. Alles tut er zum Geburtstag. Oh, eine Kokosuhr, die wollte ich schon immer haben. Und selben mal, der Kucko kommt eben auf den Blick heraus. Hören wir zu und zählen die Kuckucks. Kuckuck, 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 Kuckuck. Und wie oft hat der Kuckuckuckuckuck gemacht? Sechs mal. Richtig. Also, wie spät ist es jetzt? Sechs Uhr. Oh, was für ein wunderschöner Geburtstag. Danke für die Kuckucksuhr, lieber Donald. Und euch danke ich auch. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis der kleine Kuckuck wieder rauskommt. Wetter, Kassel, Wurst. Kuckuck. Kuckuck. Oh, wow, jetzt war lieber. Na, dann kommt, liebe Freunde, hoch mit euch. Ihr wisst schon, jetzt ist es Zeit für unseren Mausgetanz. Wege Dei. Vorbei. Wege Dei. Wege Dei, Osterei. Wege Dei, die Dei. Mach alle mit und schick das Bein. Wege Dei, Osterei. Es ist vorbei. Danke für die tolle Geburtstagsüberraschung. Das war die allerschönste Geburtstagsparty. Go-Go. Go-Go. Der Baby tut es. Oh, Junge, was für ein toller Tag. Das macht es nicht schön. Was war das für ein Tag, schön, das war nicht allein, wie es jeder mag. Das ist ein Must-Damm mit dem Fuß. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Kuckuck. Kuckuck. Was ist denn los? Segen die Masse. A Norsk... ...sneigen Masse. Norsk... ...sneigen... 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 ...nägen... ...sneigen... ...nägen... ...sneigen... Angela Merkel Was? Oh! Schmerz du mir den? Ich brauche mich zu erscheinen! Du mögst dann den hier? Ich brauche mich zu mir! Ja! Du siehst du mir die? He regrett ihr hier entpe�ert, und wo die Standing »Boge« 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 Wie lange dauern? 2.000 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro 1.000 Euro